Ich ja nicht spiele wie sie sieht. Natürlich spielst du Hybrid, du bist eine Kayle. Ich spiele AP, ich spiele full AP. Wieso sind die alle immer so klein, Mann? Naja, total gay. Auf geht's. Wo ist mein BOTRK? Das Item gibt's hier nicht. Gibt's, dankeschön Gott. Es gibt Blaine. Alter, es wurde nichts geändert. Doch, es gibt ja eine Warmox. Ja, ja, außer das Warmox und Dings nicht mehr gibt. Ähm. Alles Item wurde vorhin auch noch gesagt. Ich weiß es nicht mehr. So jetzt? Warum heißt es eigentlich Howling und nicht mehr Proving Grounds? Weil es eine andere Map ist, du Lappen. Ah, die Teile sind voll geil, Mann. Oh, lol. Olym, ich wollte so einen Keks mitnehmen, genau. Hier, ich seh dir meine unglaublich schlecht, Uri. Kann ich die? Was für einen Keks, wo gibt's den? Poco. Den gibt's bei einem... Oh, oh. Wow. Marco, bist du schon wieder? Hä? Was lachst du denn? Wie heißt das Teil? Poco oder sowas. Poco oder sowas. Gibbelt nicht. Mann, Mann, ist jetzt egal. Ja, ist ja jetzt auch egal. Mach da eine Kugel rein. Dankeschön. Loil. Loil. Wow. Der Nivi hat euch den Arsch gerettet. Nein, Marc hat sich den Arsch gerettet. Nein, Marc hat sich den Arsch gerettet. Ah, Nivi ja OP. Das war gar nicht absichtlich, gell. Ich hätte gedacht, ich hätte mir eine Kugel noch im Busch. Habe ich einfach gedrückt. Da fehlt noch einer von denen noch. Der ist im Busch. Da. Der blitzt im Busch. Ja, war klar. Oh ja, ne Soraka, voll geil. Marc, ihr ist OP. Die haben auch ne Soraka. Ist ja das Dumme. Ist mir egal. Hier ist das egal. Einzigartigkeit in den Arams angucken. Ja, das stimmt allerdings. Boah. Alter, so OP, Mann. Passt schon. Oh mein Gott, Vorsicht. Oh mein Gott. Helft dem Zero. Ich habe ihm geholfen. Ich habe mein Schild gegeben. Habe ich. Mein Magierer hat den Arsch gerettet. OP, GG, GG. Vorsicht. Ah, ich habe dich geslaut. Ich mache zwar keinen Limit, aber ich habe dich geslaut. Können wir den Blip töten? What? Auf dem... Okay. Nicht, nicht. Barschmerzen. Alter, wie die ganzen Wichsern. Als ob es Nullkot mal gäbe. Ja. Schmeiß, das Zauberwort. Master, du bist tot. Leg. Ich glaube auch. Alles. Ah, nein, ne. Oh, ich mache dir keinen Schaden. Ja, kommt doch. Mit Orianna brauchst du als Lernstab. Oh ja. Was kaufe ich mir mit dir überhaupt? Was kann ich dir sagen? Keine Träne. Morellos. Da ist doch jemand drin. Mit Tränen und Morellos nachher. Also jetzt... Abadons Lernstab. Abadons Lernstab mehr brauchst du nicht. Okay. Morellos. Ja. Aus uns Lernstab, okay. Was denn, der mag dich. Hab ich so... Das kill ich hoch. Den... Den wehe er. Bitteschön. So, auf der jetzt. Danke. Gar nicht bekommen, lol. Ja. Hm. Oh, was ist... Them Starcalls spamming. That's not dodging. Ich brauche Mana. Äh, hab ich noch nicht geskillt. Ah, willst du mich verarschen, Master? Wow, du bist level 54 und hast nur Mana. Ja, ich habe zweimal meine Heer geskillt, weil wir so viel Leben verlieren. Best Soraka EU. Tu mir leid. Best Soraka EU. Oh, Master Best Soraka EU, Alter. Was los mit dir? Der mag mich! Das war wirklich Dotson. Mann, ey. Ich hab gestern Yellow Pizu geguckt, wie der Cockmark gespielt hat. Er hat sein Coup kein einziges Mal gespielt. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Ich grad der Coup wegen dem Tech-Skill? Ja, hab ich eigentlich auch gedacht, aber kein einziges Mal geskillt. What? Du, was hat er dann geskillt? Der wegeskillt zuerst, nach sein E. Perfekt. Der hat so rum getrollt, ne? Der hat so rum getrollt. Hallo. Oh, Exuber, endlich. Du Bienchen. Die Bienchen ist wieder da. Exuber, die neue ARA-Map ist so geil. Die neuen Skins sind so geil. So geil. Ja, Patcher hat auch viel Spaß. Ja, super viel Spaß am Patchen. Mach ich schon. Oh, das hat mir die Patchers eh schon durchgelesen. Ja. Fützt lächerlich, dass das schon wieder gefasst wurde. Gott, das Ding heißt Pokoro heißt es, fuck. Das wurde gebufft. Ja, Mann. Super, du musst heute noch das letzte Game machen, gell? Wow, gedodged. Was? Ja. Mach mal da deine Kugel rein. Und wen wurde auch gebufft? Rain. Bleib mal so, dass er die ganze Zeit drin ist. Die Raid von ihm eh wurde gebufft. Gearschen. Echt? Die Raid ist jetzt genau dieselbe von der Attack Raid. Achso, ja klar. Das wurde nur korrigiert. Das war ein Fehler. Was ist denn mit dem Ziel? Ja, da. Rain, du bist kein Fight? Ich bin Stufe 6. Jetzt ist eh GG. Oh, ja, jetzt wird's Böse. Wuuu. Was, die wir denn hier rausgedrückt haben? Vorsicht kaputt. Ja, Mann, Alter. Ja, ja. Ich hab meine Uhr jetzt alles viel losgetroffen. Ich hab mich jetzt krass, ich hab mich jetzt krass. Ich hab mich jetzt krass, ich hab mich jetzt krass. Wow. Well, real tight. Really? Und das schon einer von der Rewall Funktion benetzt? Ja, ich hab. Hat doch nie wirklich gut gewollt. Ist doch kein eigenes Mal, weil ich die ganze Zeit geile Champions bekomme. Doch! Oh jetzt mag er Mark! Er mag Mark! Da! Hier! Das geht's! Also ich würde noch bei der Patch-Tausstand Lissandra will be released! Ja, kann ich gleich kommen? Doch Mark, komm schon! Ja, also Lissandra ist released! Gleich! Ja, in den Patch-Tausstand halt ich würde es in einem späteren Zeit geben Naja, das war doch nicht ganz am Anfang des Patches Aber mal eine Stunde später, okay Nach dem Game Na gut, ich dachte halt, das ist jetzt noch eine Woche dauert und so Weil, als ich Raid hatte ich genug Zeit mit der Verneuze lassen Hat einer von euch sie? Ja Ja, ich Und? Ich hab sie nicht Alter! Ja! Der Heal, der Heal von denen ist lächerlich Mit Sona und Soraka Ja! Das ist schon wieder total dumm, dass sie da Champion 2 mal vorkommen kann Will die mich knacksen? Jemand hat da nicht einmal getroffen, jetzt trifft er 24-7 oder was? Ja, wie sie alle wieder weglacken die ganze Zeit Man muss weiter So, wo noch ein Keyface dann ist GG Meister Jetzt bin ich echt angepisst, Alter Da muss ich geacet und schmeißt die Sperre in den Busch. Ja. Ja, das zeigt, dass da angepasst ist. Da muss man ins Sperre noch umsehen. Ich bin ne Bastard. Oh, jetzt kommen die Schimpfwörter ins Spiel. Ja, jetzt ist er in dem Gelände. So stinkt. Aber wir haben auch 3 Heels. Oh, weil ich jetzt beleidig bin. Ich bin 3. Ich hab's verdient. Dann wird 3 Heels haben. Der Sona, ich find der Sona hier ist ein bisschen stärker wie der von Kayle. Ich find mein Heel ist ein bisschen stärker. Ah stimmt, wir haben ja noch Hochskill. Wenn ich mein hochskillen dürfte, dann wär meiner am Biss. Mach's aber leider nicht. Mark, du wirst deine Stelle bestämmen und bitte bald ändern. So, dann ist gut, man. Der Führer. Wer was will, soll mir nicht auf die Eier gehen. Dann fragt jemand anderes, falls ihr was wollt. Fragt Subert, der ist immer für alle Fragen auf. Soll ich diesen Eier nennen? Mir gefällt die Sau. Die Sau? Das ist scheiße, man. Ist so super. Guck mal, sein Outfit Rate ist so lächerlich. Ohne sein Wehe. Was soll ich jetzt hochskillen? Mein E oder mein Wehe? Kilo oder Mana? Theoretisch dominieren wir ja gerade. Also ich hab's ja echt sehr in Ehe. Damit Dark mehr poken kann. Alter! Ey, das ist so abartig, wie sie das healen alles wieder. Sonst ist das gleiche. Wir heen das nicht so schnell. Wuuuh. What? Nice. Wow, really? Wow. Ohne Witze, Alter. Das ist lame, ey. Wow, ich konnte dich nicht healen. Passt schon. Ja, wie war's denn? Wir dominieren, Alter. Wir verlieren gerade. Sieben, elf. Das geht ja nicht voll, Alter. Geht ja nicht voll, Alter. Winschi. Mann, ist das lame, dass die so viele Heal haben, ne? Wow, Alter. Is das in der Ruhe? Wie? Ja, ich bin dazu. Was? Fighten? Ich bin oben hier. Wow, ich kann bei Konich auf die Zona sitzen. Dankeschön, Cale. Kein Problem So lächerlich, der hier Willst du mich verarschen? Kann er nicht dein Ernst sein? Man, er quippt drei Meter daneben und trifft trotzdem Da bist du schon nicht so lame Ey, hier ist auf dieser Map der größte Bullshit, weil sie einfach so riesig ist Und wieder weggelackt Und wieder weggelackt Guck dir den hier an Und wieder weggelackt Was die für'n Heal haben? Hälfte unserer Kids hab' ich, ey Wahrscheinlich auch nur durch Lack Oh Mann Was? Genau, ich steck in der Wand Ey, es reicht jetzt, Alter Ohne Spaß, Mann Jedes Mal trifft das Genau, das meinte ich vorhin Aber ich hab ja nur so sensible Ohren, ne Klopfer? Ich mach dem Blitzkrieg keinen Schaden Tötet sie doch mal ein bisschen mehr Lächerlich Die range von den Karten Wollt es denn, dass dieser Verkäufer zu jedem Trimpeet irgendwas sagt? Weiß ich nicht Oh, Mark Sorry, Alter Guck's dir an, Alter Drei Balken Komm, Klopfer Wenn du tust du Trächtkarten, tust du nicht so Vor allem die eigenen Karten machen nicht so viel Damage Nein Warum nicht, aber du stehst Wie sie alles wieder hoch hier und sie haben keine Mana Probleme merkwürdigerweise Haben alle Träne Vielen Dank Rory, ja, like die Bank, in der Ariel ist ein Wack-Scheiß, Mann Ich hab... Alter, wie ist die ganze Zeit krass weglagt Lächerlich Fack auf! Oh, scheiße Hä? Nice iPhone an hier Damn Healed Diese Healed von denen, Alter Du mit der Gefrosthammer Instinct that's all Pfff Wollen wir lieber in diesen Executioner-Scheiß-Teil, Alter Selbst das bringt ja nicht viel Oh Oh mein Equip Backgang von mir Alter Boah, sich der Blitz fährt, okay, dann ist er gut. Weil Oriana sagt mein Ding. War knapp. Der war richtig knapp, ja. Ich bin tot. Wenn du in die falsche Richtung laufst, kannst du den Scheiß nicht mal batschen. Wieder weggelackt. Jedes Mal, so lustig. Tränen lassen wir mal nicht von. Was kaufst du aus dem Stinger? Kauf dir mal als nächstes ein Rageblade, bitte. Jo, mach ich. Kufa, eigentlich könntest du dir ne Träne holen und deine Ulti spammen. Möchte ich mir aber auch nen Kelch. Weiß nicht, ob das so... Naja, ich glaub ne Träne wär besser. Kannst du nämlich noch nen AD-Arten, Profa. So langweilig. Jeder hielt sich hoch. Ne, die hielt sich noch mehr hoch als wieder. Ja, ich hab' Bock auf nen Muramaga. Inutio ist man immer für dich. Ja, das ist so lächerlich, man. Ich mach' null Demo. Ja, gut, ich muss noch wieder B, ja. Ich hab' mit 3000 Gold. Dann geh' sterben, wenn ich wieder da bin. Ne, ich brauch' noch mehr. Mit 3000 Gold kannst du nix machen. Doch, ne ganze Rabadons. Und du hast schon den, der ganz... Ich brauch' Magic-Pen, Mann. Ja, oder nen Lernstab. Ja, ich bin der Rabadons und nen Lernstab. Ist doof, wenn du in 3000 Gold. Cooler Arme. Ich geh' nur noch nicht drücken. Warte, ich komm trotzdem weg. Dann scheinst du kein gutes... ...ausweichen zu können, dich gut ausweichen zu können. Du triffst einfach immer. Es ist egal, ob ich zwei Meter davon entfernen stehe oder nicht. Ich hab' ne Träne holen. Ich hätt' ja noch nicht oft getroffen. Gar nicht noch. Dieses Mal. Dieses Mal hätt' ich schon nix getroffen. Jedes Mal, wenn er auch nur in die Nähe von mir kommt. Gern. Jetzt müssen wir doch immer. Wow. Klatsche, Alter. Ich bin der Arsch, Mann. Kein Bock mehr. Ich hab' kein Mana mehr, really? Ich auch nicht. Strach. Äh, Silas ist so OP. Achso! Ist voll line. Wolltest du nicht E-back, um ne Träne zu kaufen? Ich hab' aber grad gut Geld. Ich hab' mein Riesenschwert holen. Ja, ich komm gleich. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ein schönes Split, ne? Gut so. Reiß. Oh, wer ist da tot? Oh, der Dodge. Dem dood ich jetzt. So. Zwölf... Ne, zehn Flasche an mir getrennt. Du hast schon wieder gelackt. Jedes Mal. Willst du mich verarschen? Vorsicht, Zero. Ne. Ah, fuck. Ich hab' einen Mini gehielt. Oder warst du schon tot? Ja. Leider. Ja, warum bist du reingegangen? Ach, schau mal. Keine Ahnung. Fünf Heiltränke mehr kaufen, ne? Zu pumpen und Heiltränken. Raid macht's ja nicht so, dass die einfach bessere Start-Arten springen. Die nerfen lieber das Elixier. Ja, klar. Ja, klar. Sehr schön. Verzeilen. Wir müssen einfach nacheinander hin poken, die Bixer. Wie ich wenig schadlicher mache. Ich hab' 326 AP. Ich behätte es. Deswegen, er kann zählen. So bin ich jetzt aber tot, höchstwahrscheinlich. Danke. Ja, der braucht mich hier. Ja, du hattest ne Ulti. Ja, du hattest ne Ulti. Du hattest ne Ulti. Ja, aber die kann ich nicht machen, wenn ich von Soraka gesilenced bin. Die hing auf mich. Mark? Ach, schon wieder AFK. Good Job. Mark, mach's halt nur das Heal-Ding. Mark ist immer AFK, oder? Ja. Er geht jedes Mal AFK. Ranked, normal, Aram, alles. Das ist immoral. Ranked. Man muss ja immer AFK gehen. Das Team ist ja scheißegal. Ah, wie ist kein Master-Deutschen mehr? Macht Dauer. Wow. Lecherlich. Wie silenced sie haben. Aha, 500 Charm macht mir ne Karte nur. Ist ja wenig. Mark, du kleiner Spasti. Bist du endlich mal wieder da? Was ist das? Ja, ich bin tot. Auf einmal ist er wieder da. Warum wohl? Red, ich bin tot. Ich bin tot. Wälder. Ja, ich bin tot. Dass ich da nicht gingen will. Ich bin tot. Ich bin tot. die Speere trifft, die nur 50% Heilung bekommen. Ja, mach's. Wenn nicht übertreffe ich ihn. Dötzchen haben wir alle. 400 AP auf Sona, ja. Das ist alles. Mach doch da die Kugel immer rein. Ja. Damit wir wissen, wo die sind. Weil das niemand da im Busch ist, eher gesagt. Ja, schon klar. Ah, fuck. Kann ich dodge. Nice. Wie viel die aushält! Es ist echt krank, wie viel die aushalten. Boah, ich konnte den Hulten nicht drücken. Nein, nein. Du hast das Ei. Du hast das Wasser gleich in hier. Alter Schwede, what the fuck. Was zur Hölle, man! Ja. Dankeschön. Schönen. Peinlich, Mann! Nice. Ah. Ja. Hat Fertical gelockt. Oh. Die holen sich keine Rüste und das nicht war geil. Ja. Verwerste die. Halt. Wie. Halt. 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 Der macht gut Char. Das stimmt. 1st kill! Ach f***, konnte ich nicht heilen. Ja, wie immer, eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich Morelos raid hier hab. Was brauch ich denn dafür? Bis dann. 500 fillen noch. Ich glaub, ich koch mir eh mein Hexer für Roller. Oh. Dann hab ich das halt mal. Wow. Ich hab Morelos. Alter. Ja. Ich hab mehr Mori, ne? Für alle Dodgen Der Blitzkrieg hat 462 AP Mark, holst du dir bitte auch ein Morelos? Ja, wenn ich genug Geld habe Jetzt macht 15% Kiel Ich hol mir einen Höllenkafter Ja, hab ich auch schon Der Liebe, damit ist so lächerlich Oh oh Was? Habt ihr gerade auch so Derbe rumgeleckt? Nee Nee Alter, ich stand gerade bei mir hier Ich dachte, ich hab wieder einen DC oder so Oh really? Really? Danke Ja Mark tot Ich hab kein Bock mehr auf den Solane Ich hab kein Bock mehr auf den Solane Das war immer ein bisschen deine Ulti Egal ob du triffst oder nicht Dann kann ich sie nämlich auch immer Mana geben 50 Gold noch Noch mal Hast du noch kacke eine Träne? Ich dachte, du hast eine Träne Oh klar, passt doch Oh Toll Auf den Auf den Oh fuck Das kann Sie machen alle so viel Schaden Tötet die Anivia Na Nice Ja, sicher Mann Ich kann die tank Go go Ja, ich tank von mir aus auch Oder du Ich kann dich dann healen Könnte ich Alive Heal 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 Ich brauch ein Heal Oh, den nächsten Den tank ich jetzt Go go Okay He He Das ist lame Schild Mhm Gehre ich dann Nein, falsch Ich krieg halt den Hack Ich mein hier Alter, wie wir einmal durchpushen können Irgendwann einmal hier Ja, wir müssen vorsichtig sein, ne Alter, ich hab schon mit Lass weg Lass weg Hahahaha Hahahaha Der hat doch noch jemand Gold Ähm, ein Morelos Brock nicht Achso, wenn ihr unter 50% live Ne, doch nicht Doch, erst wenn ihr unter 50% live gehen Naja So schnell gestorben, ich konnte den Ringer mit Schild gehen Ey, die Blitze von Dings machen soviel Schaden Haha Boah, seid ihr lustig, Alter Die Blitze von Blitzkirr machen mindestens 400, 500 Schaden Ja, nur auf Ape spiel So tot Leicht, Alter Go, go, Klopfer Das war dämlich von denen What the fuck Amiga Damage ist so lächerlich Ich hab nicht umsonst 77 Magieresistenz Hahahaha 1318 durch die E Die E hat nur 827 gemacht Ich hab 77 Magieresistenz Was soll ich mir noch holen mit Magieresistenz Skimitar Hab ich schon Noch ne, ne Hextrinker Warf my Vortius Was Ich könnte noch ein Witzend holen Ach, okay Wetter soll ich meinen Voter verkaufen Naja, ich verkomm meinen Voter Ich könnte noch ein Witzend Alter, du Sau Mach nix Geh nix So Oh, nicht cool, ich brauch Gold Ähm Mach das tot Schande Ich überleb Ich Ich bin nicht Wow, ich bin in der Luft Und ich bin instant tot Ich kann nichts machen Ich kann nicht mehr meine Ulti Boah, gib mir Money Na, ich hätte auch gern welches Aber mir hätte noch so viel gefehlt Oh, Zero Renn mal Renn mal Renn mal Renn mal Hol dir mal ein bisschen Ding ins Lebenshaut Dicke Nice Nein, nein, nein Ähm, hier Kyle Zero Hol dir auch ein Blade Auf dem Rookie Das ist mit Kale richtig stark Die Musik ist so episch Ja, ich hab ihn von Anwalt zu tun Achso, ich darf sie ja, ja, interessant Ich will das OP, ja Ey, ich hol mir better im Blutschnitte, das ist besser für mich Oh, siehst du, Klapper? Oh, das Leben so genau Wuuuh Die Bills OP Bäm Dem Geheals, man Dem Heals, dem Heals Hat mir glaub ich jeder gehealed Vorsicht Ich hab mal andere Probleme Na, go go Vorsicht Okay, nicht 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 Äh, hier, lass feiten Go go Nein, nein, lass feiten Wärst du zu uns gekommen, dann hätten wir immer ein bisschen Wasser Was machen können Okay, der ist tot Nein Lass push Mein Schild, ich hab mein Schild noch gedrückt, gell Der bin mit dem Frostbite 810 Schaden gekauft Ja, weg, weg Hm, hm Wir gewinnen einfach jedes Aram, das ist... Weiß ich... Ja, das ist ein Zwischentagesgeschäft, weißt du Ja, das ist wirklich... Äh, die Ulti hat mir in 2 Sekunden 780 Schaden gedrückt Äh, bleib, geh zurück Äh, bleib, geh zurück, Klapp, geh zurück Ja, ich schulde hier, Dinger Ja, weiter zurück Ich hab noch 89 Leben, das ist so armselig Widerstehen Naja, das gibt ein paar bessere Items auf Kyle Melody hättest du ja auch noch kaufen müssen Um die Magieresistenz von dir zu verringern GIP! Äh, ich hol Run Ball weg schon Na gut Ja, du hättest trotzdem Melody kaufen, ich dachte du spielst, äh, Hybrid Melody auf Kyle? Melody, natürlich Weißt du wie das abgeht? Weck, 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 weck Weißt du wie das abgeht? Oh, ich hab immer gedacht, naja, du bist zu breit Ich bin kein Kyle, so meinst du sollst Das ist ein Muss-Item auf Timo und Kyle Wenn du Attack-Speed Wenn du Attack-Speed Wenn du Attack-Speed Ich spiel meistens nur AP Warum? Ich war nicht lächerlich So fucking lächerlich, man Glaube ich Dankeschön Oder auch nicht Oh man Wenn Runans hole Alter, 33 Minuten Meister Hä? Runans Brauchst du nicht Ich würde mir nämlich jetzt ein Width End wollen Ja, Width End besser Mach mal Ende, passt eigentlich schon Ja, mach mal Ende, Alter, das sagst du so leicht Ja, ist nicht so leicht Nö, ehrlich Naja, eigentlich ist das sogar sehr schwer Der hat neudem Ach Gott, diese Scheisschimp Dankeschön Weg, weg Boah, Tränke kaufen Das sind unsere Leute 611 AP Ja, die hat mehr als ich Hat noch mehr als ich Weg, weg Was jetzt das Problem ist Oh fuck, hier auf den No, fuck, ich hätte ihn vielleicht Naja, passt schon Wartet auf, wir dürften doch nicht fighten, wenn Klopfer nicht da ist Was geht mit euch falsch? Hallo? Egal Kalo ist ja auf Kogma OP Kalo ist ja auf Kogma OP Kalo ist ja auf Kogma OP Spam deine Ulti Du hast ja gar keinen, gar keine Trainer Ja, sonst hätte ich nämlich noch weniger mal in Geo Stance Schon gut so Schon gut so Oh shit Nice Habe ich keinen Maler mehr Stell mal rum Jetzt habe ich 2,5 Attack Speed Boah, ich finde diese Enchant Boots geil Oh, gute Idee Boah, sieh ich nicht trappen lassen? Ohhhh Die sind alle auch alle full equipped Da sind sie schon Exa, du machst nix Nice, ich bin alle raue Oh, wir können fighten Noll Sollten wir jetzt Ender machen Vorsicht, ich stehe erst mal Klopfer Ja, ich kann mich selber healen Oh, oh Hold wieder ready Ich würde sagen, jetzt einfach straight up an die next hook Ich würde sagen, jetzt einfach straight up an die next hook Ja, mach mal, go, go Ja, komm, go Kannst du mich heilen dann? Ja Kannst du auch jetzt machen Ich bait dich, ich bait dich zu mir Ja, GG Ah, okay Oh, nice Alter Ich habe keine Lust mehr gegen noch einen Soraka zu spielen Als Soraka Sona Ich werde dir fertig What the fuck Soraka Sona, Alter Das war Ich werde dir auf Busser Das war Vielen Dank.